Wir können uns auf ein cooles Update freuen und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, denn ich befinde mich hier jetzt gerade auf dem Testserver und vor 18 Minuten sind die neuen Patch Notes 1.98 hier in meinem Mail-Postfach erschienen und ich würde sagen, wir gucken hier natürlich wie immer mal rein und beginnen direkt mit dem ersten Punkt. Es ist tatsächlich dieses Mal kein neuer Held dabei, ich kann mir jetzt auch eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt wieder der nächste dimensional Held kommt, deswegen aber warten wir mal ab, kann natürlich sein, dass dort dann auch immer irgendwie nochmal was nachgepatcht wird. Wir fangen an in dem Fall mit Punkt Nummer 1 und zwar wird der Herbst zurückkehren in AFK Arena, in dem Fall im Runhorn und im Dark Forest. Ist auf jeden Fall mal eine ganz nette Sache, da es immer ein bisschen Abwechslung ist. Punkt Nummer 2, wir bekommen eine neue Union. Für die Leute, die nicht wissen, was genau mit dem Punkt Unionen oder Verbindungen in dem Fall gemeint sind, das ist hier der Punkt, wo wir unsere ganzen Helden miteinander connecten können. Da bin ich echt mal gespannt, welche neuen Helden hier hinzugefügt werden. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist nämlich auch der Punkt, worum es im Titel geht und zwar werden sogenannte Tiere, Haustiere jetzt hinzugefügt in AFK Arena. Das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Es ist nämlich ein neues System, welches hinzugefügt wird. AFK Arena hat da, glaube ich, gestern oder vorgestern auch schon mal ein Bild auf ihren ganzen Social Medias veröffentlicht und es geht in dem Fall dann eben um diese Haustiere. Es ist in dem Fall dann so, dass wir das Ganze mit Kapitel 1040 freischalten und diese Tiere bzw. Haustiere ermöglichen es uns dann eben mit den Tieren zusammen in den Kampf reinzugehen. Diese Tiere können eben die Attribute von Helden in ihren Teams verbessern und ihre exklusiven Fähigkeiten einsetzen. Was sie aber nicht können, ist zum Beispiel sowas wie Kontrollsachen oder irgendwelche Attacken starten oder sowas, so wie ich es jetzt da zumindest richtig herauslese. Dann gibt es noch ein weiteres Feature und zwar die Capture-Funktion. In dem Fall müssen wir dann aber Kapitel 15 erreicht haben und es ist so, dass wir diese Tiere dann tatsächlich mit den Ködern einfangen können. Also das ist auch schon mal eine ganz coole Sache. Also klingt zumindest schon mal echt relativ nice. Schreibt mir natürlich auch wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und zwar können wir diese Köder durch AFK-Belohnungen, durch das Labyrinth, durch den Laden, durch Quests und so weiter bekommen. Also da bin ich echt mal gespannt. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, dass wir diese Tiere, Haustiere nicht in der aktuellen Abgrund-Expedition verwenden können. Dann sind wir auch schon angekommen bei Punkt Nummer 4 und zwar wird die Zeitspalte weitergehen. Das ist natürlich ganz klar in dem Fall auf dem Testserver ab dem 14.09.2022. Da wurden jetzt auch noch mal ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Die Änderung, die ich mir am meisten wünsche und zwar Formation zu kopieren, ist hier jetzt leider nicht dabei. Für die Leute, die sich das hier alles durchlesen möchten, hier steht das alles dabei. Freue ich mich natürlich wieder drauf. Gibt immer sehr, sehr coole und viele Belohnungen aus der Zeitspalte. Punkt Nummer 5, wir bekommen einen neuen Wandernden Ballon. Den können wir dann spielen, wenn wir Kapitel 3450 abgeschlossen haben und so wie auch immer 60% von dem Wandernden Ballon davor. Bei Punkt Nummer 6 haben wir dann ein paar kleine Änderungen im Curse-Trium. Sollten das irgendwelche gravierenden Änderungen sein oder Änderungen, die direkt zu sehen sein sollten, schauen wir uns das dann natürlich noch mal im morgigen Video an. Ansonsten für die Leute, die sich das gerne durchlesen möchten, habt ihr es hier dann natürlich noch mal eingeblendet. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer 7 und zwar die Twisted Bounties, auch sogenannte Battle-Pässe, die wir ja aus AFK-Arena kennen. Mit zum Beispiel den Lilastein oder XP, was wir uns da alles aussuchen können. Dort werden dann jetzt eben diese Baits, also diese Köder hinzugefügt, die wir dann für diese Pads benötigen, um sie dann zu fangen. Auch da bin ich da mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Generell wie diese Köder aussehen, wie viel man davon bekommt und so weiter. Aber das werden wir uns dann natürlich, sobald das Update, das sollte dann eigentlich morgen stattfinden. Hier steht jetzt am 7.9.22.9 bis 11 Uhr, kann aber eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, die haben sich da vertan. Egal, wir gehen nämlich weiter und zwar zu Punkt Nummer 8. Interessant für die Leute, die sich die Monatskarten kaufen. Dort werden diese Köder jetzt auch zur Verfügung stehen. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar gibt es hier eine Änderung, die keinen Helden betrifft. Und zwar in dem Fall bei Punkt Nummer 1. Es wurden nämlich neue Attribute hinzugefügt, namens Effizienz, magische Unterdrückung, Segnung und Auflösen. Falls ich es jetzt richtig übersetzt habe, sind das eben die neuen Attribute. Das wird dann, denke ich mal, natürlich was mit den Pads, mit den Haustieren zu tun haben. Ansonsten gibt es noch ein paar Heldenfixes. Einmal bei Merlin, Mesoth, Khazad, Gresul, Morrow und Ernest. Da sind aber wie immer nur ein paar kleine Optimierungen. Also da wurden jetzt keine Stats oder sonstiges angefasst. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf das Update. Vor allem hier mit den ganzen Haustieren und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie die alle aussehen werden. Wie das ganze System abläuft und so weiter. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann im morgigen Video. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut und ciao.